ja es ist es ist wirklich das perfekte grundstück für sie 625 quadratmeter in der besten lagen magdeburgs infrastruktur privatsphäre ruhe ich kann leider nichts aushetzen aber schauen wir uns das gerne noch mal im innerland und die geräumigkeit des fluss setzt sich nahe aus in den beiden badezimmern fort badewanne tagesdicht alles was sie sich wünschen und dieser dielenboden ein eigener charme die perfekte symbiose aus dem klassischen gebäude und dem anbau von 2017 gefällt mir sehr gut und ihn ausreichend wohnfläche vier wohn- und schlafräume zwei kinderzimmer das ist genau das was sie immer gesucht haben ihn hat immobilie gefallen lassen sie gerne ein like da und kontaktieren sie mich ihr sorglos makler syren beckers